Musik Wenn Menschen nach Deutschland kommen, wenn Frauen nach Deutschland kommen, junge Frauen, um ein pro-westliches Leben ermöglichen zu können, das heißt also Schule, Ausbildung, ein normales Leben, wie wir es gewohnt sind, dass eine Frau sich frei entfalten kann und wir können ihr nicht den Schutz bieten, den sie sich erhofft und mit Recht erhofft, dann haben wir versagt. Herzlich willkommen bei ihrer Meinung. Wir haben versagt bei dieser jungen Afghanin, die in Berlin ermordet wurde. Sie durfte nicht das Leben leben, was ihr letztlich ihren Vorstellungen entsprach und wir springen auch nicht gleich auf jeden Zug auf, sondern wir warten erst mal ab, um zu sagen, ist diese Nachricht verifiziert, ist es wirklich so, aber hier verdichten sich nicht nur die Hinweise, sondern hier ist es wirklich so, dass diese junge Frau ihr Leben nicht leben konnte und es mit 34 Jahren durch ihre Brüder beendet wurde. Und das ist eine Schande. Nochmal, wenn jemand nach Deutschland kommt, möchte sich hier integrieren und sieht sich dann Peinigern gegenüber, ihre eigenen Brüder, die es nicht tolerieren, wenn ihre Schwester ein westliches, ein normales Leben führen möchte. Und sie wollte zum zweiten Mal heiraten, was ja nun bei uns gesehen kein Verbrechen ist. Wenn wir uns anschauen, die junge Dame, selbstbewusst ohne Kopftuch, steht Miriam vor der Kamera. Ihre Brüder sollten das, ihre Brüder sollten dies aus verletzten, ihr Gefühl heraus, sollten sie getötet haben. Und das sind Dinge, es ist schlimm und für mich unbegreiflich, wie wir so etwas zulassen können und wie wir dann noch hören, wenn wir eine absolute, eine absolute Hilflosigkeit von einer Berliner Senatorin hören, die der SED, Entschuldigung, der linken Partei zuzurechnen ist. Aber mit Blut an Händen kennt sich ja die SED nun bestens aus. Wenn wir uns anschauen, sie trägt einen weißen Pullover, ihre Hose ist eng, die Haare sind unbedeckt, so zeigte sich Miriam H., wenn sie gerade nicht mal unter Beobachtung ihrer islamistischen Brüder stand, wenn sie frei war. Und dieses frei, da haben die Frauen und die Mädchen ein Recht darauf. Doch genau dieser Wunsch, frei und nach westlichen Werten zu leben, wurde der Afghanen zum Verhängnis. Ihre Brüder sollten sie getötet haben, sollen sie getötet haben und ihre Leiche in einem Kofferraum quer durch Deutschland gefahren haben. Alleine diese Vorstellung ist abscheulich und ist mit westlichen Werten, so wie wir zivilisiert leben und leben sollten, nicht vereinbar. Wenn wir uns dann bitte anschauen, dass es die Berliner Senatorin gibt, das ist die Frau Elke Breitenbach von den Linken, habe leider keine Idee, wie man Männer besser integrieren kann. Wir werden dann jetzt noch lesen, keine Idee, wie man sie besser integrieren kann, aber eigentlich gestattet mir, dass ich sage, geschwätz, dass einem die Haare zu Berge stehen lässt, wenn wir nun Nachfolgendes lesen, was die Berliner Senatorin hier noch zum Besten gibt. Der tragische Tod der 34-jährigen Afghanin Miriam Herr erschüttert Berlin. Sie wurde von ihren zwei Brüdern ermordet, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Nun hat sich Berlins Integrationssenatorin Elke Breitenbach, die Linke, zu dem Fall geäußert. Dem Tagesspiegel sagte sie, in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist kein Ehrenmord, das ist Femizid. Femizid, um es zu sagen, ist die Tötung aufgrund des Geschlechts. Und hier muss man sagen, wenn das kein Ehrenmord ist, Frau SED-Nachfolgerpartei-Zugehörige, dann muss ich Ihnen sagen, dann sind Sie wirklich blind und dann ist es der jungen Frau gegenüber, die hier auf so bestialische Art und Weise ihr Leben lassen musste, dann ist eine Schande ihre Äußerungen. Und sie sagte weiter, und ich habe leider keine Idee, wie man Männer besser integrieren kann. Es geht nicht um die Herkunft und die Nationalität der Täter, es geht um die Frage des Geschlechts. Und da muss man wirklich sagen, so viel dummes Gerede hört man in letzter Zeit ja öfter. Und hier sehe ich den Problemen nicht ins Auge und sage, es ist die Herkunft, es ist Ehrenmord. Du befleckst meine Familie, du befleckst meine Familie. Und ein Mädchen, eine Frau hat hier nichts zu melden. Und wenn hier, ich sage es deutlich, wenn eine Kommunistin, und die Linke ist für mich eine kommunistische Partei, solche Äußerungen trifft, dann muss uns das ins Mark gehen. Dass man sagt, wie kann es sein, dass eine Frau, die hier frei leben will, die von ihren Brüdern getötet wird und dann sagt man, es ist die Tötung aufgrund ihres Geschlechts. Das ist so ein Schmarrn, das ist so ehrenrührig. Dass man sagen muss, es ist Ehrenmord, weil sie frei leben wollte. Sie wollte frei leben. Und so eine Senatorin, muss man sich vorstellen, die wird von unseren Steuergeldern noch ernährt. Das zeigt deutlich, dass ich sage, Deutschland ist ein Land, das viele Menschen aufgenommen hat. Das ist nur mal so. Und zum anderen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die Menschen bleiben können, die unsere Wertekultur, unser Leben und insbesondere liebe Zuhörerinnen, Mädchen, Frauen jeden Alters sagen, ihr müsst dafür kämpfen, dass ihr eure Rechte behaltet. Und nicht, dass man sagt, Moment, aufgrund solcher Tatsachen werden Menschen hier ums Leben kommen, die Schutz suchen und wir schauen weg und auf zu den nächsten Taten und Geschehnissen. Das kann es nicht sein. Menschen, die sich integrieren möchten, die bei uns sind, die sich soziologisch, die sich insgesamt gesehen hier wohlfühlen und ihr Leben leben möchten. Das ist in Ordnung. Menschen, die unsere Werte und Kultur nicht anerkennen, haben in diesem Land nichts verloren. Punkt ohne Wenn und Aber. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und denkt bitte einmal nach, wenn eine Berliner Senatorin sagt, ich habe keine Idee, wie man Männer besser integrieren kann. Es ist ein Armutszeugnis, sondern das Gleiche. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und ich sage danke für eure Unterstützung, dass wir diese Arbeit machen können. Euer Peter Weber. Mein Peter Weber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017